Hi, mein Name ist Erdin und ihr seid hier bei blindweif.de und in diesem Video geht es um eine kleine persönliche Geschichte, beziehungsweise eigentlich ein ganz kleines Erlebnis, was ich hatte. Elektroautos, nein danke, ihr habt den Titel schon gelesen und jetzt denkt natürlich, die einen von euch sagen, ja genau, V8 Motor, super, Power, super Sound. Die anderen denken vielleicht, Elektroautos müssen sein, wir müssen auch der Umwelt für die Umwelt sorgen und so weiter und so fort. Alles auch gar kein Problem. Ich habe nichts gegen Elektroautos. Nein, überhaupt nicht. Nur das Problem ist, wenn du, ich, er oder sie, hier ist keiner, neben mir, ich bin allein. Aber wir haben das Problem, wenn wir schlecht sehen können oder blind sind, haben wir einfach nicht die Möglichkeit quasi zu sehen oder zu hören, ob an uns ein Ausdruck vorbeifährt. Elektroautos haben einfach die Faszination, das Tolle, dass man quasi nichts hört, beziehungsweise nur die Reifenreibung. Abgesehen davon sehen viele Elektroautos im unteren Preissegment auch relativ schlecht aus. Hässig. Darf ich das sagen, obwohl ich nicht so gut sehen kann? Ja, ne, ich kann das auch urteilen, oder? Bestimmt. Wie dem auch sei, bin ich nicht gegen Elektroautos. Ich bin für Elektroautos, aber nur für Elektroautos, die auch ein Soundsystem integriert haben. Das heißt, wenn ein Auto an mir vorbeifährt, möchte ich es hören. Ich wollte heute zum Training und bin natürlich froh und mutig zum Training gegangen. Ich habe mich wirklich voll auf die Straße konzentriert. 2 Meter ungefähr von der Straße entfernt. Ich hatte grün, das habe ich gesehen. Das kann ich noch ein bisschen sehen. Habe ich dann leicht nach links und rechts geguckt und habe kein Auto gesehen. Habe mich dann der Straße genähert. Und kurz bevor ich an der Straße war, zack, fuhr einfach ein Auto an mir vorbei. Ich habe es kaum gehört. Ich habe nur etwas gesehen. Irgendwas Graues, was ziemlich hässlich aussah. Und was war es? Ein Elektroauto. Was ich euch damit sagen möchte, Elektroautos sind schön und gut, aber ich möchte nicht, dass der Autofahrer mein Leben in seiner Hand hat. Ich möchte hören, wenn um mich herum Autos sind, wenn um mich herum etwas passiert. Und mit Elektroautos ist es schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, du hörst doch die Reifenreibung. Kann man doch hören. Ja, aber wenn der Stadtverkehr schon so laut ist, wenn da schon so viel zu hören ist, ist es relativ schwierig, ein Auto zu hören, was in der Verstehung so gut wie nicht zu hören ist. Elektroautos, ja, ich möchte mit meiner Sehbehinderung, und ich denke, da spreche ich für viele blinde und sehbehinderte Menschen hier, ein Elektroauto auch wahrnehmen können. Nicht nur auf der visuellen Ebene. Ich will es hören können. Ich bin raus.